Musik Schön, dass Sie alle da sind, wenn ich 800 Menschen mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Ich würde Sie mitnehmen, das beste Publikum der Welt. Greffin Hardenberg, stellen Sie sich vor, ich bin ein Wurstfabrikant aus Ostwestfalen, schwer reich, und möchte in der Reichstagskuppel eine richtig rauschende Party schmeißen. Ich bestelle bei Ihnen Udo Jürgens, Boris Becker, Sabine Christiansen und den Kanzler. Was sagen Sie dann? Sie hatten in Ihrem Leben zwei Höhepunkte, die Harald-Schmidt-Show und Schreinemarkers Live. Michael Schöbel ist Manager und Agent. Lange Jahre hatte er einen der härtesten Jobs in diesem Geschäft. Er war Manager von Nina Hagen. Bargeld, Hardware, Material, unserer Quellen, E-Mails. Also man denkt sofort an KGB, CIA, Al-Qaida, Ronald Pofalla. Also die ganz großen Geheimnisträger. Herr Stenger, manchmal hat man den Eindruck, die Nationalmannschaft ist heute eher so eine Boy-Group mit angeschlossenem Sportverein. Ist eine Twitterin namens Monkey Penny unter Ihnen? Sie sind das? Warum dissen Sie mich dauernd? Einige versuchen das gerade meiner Künstler auch mit Drogen als Kreativ-Enhancement. Ja, ganz kurz, wenn wir da mal einhalten, funktioniert das? Hm? Höh? Kiffen macht schwer, nöhrig. Aber es bewegt sich auf einem hohen juristischen Niveau und so ist diese Veranstaltung endlich angelegt. Vielen Dank. Vielen Dank.